In diesem Video zeige ich dir jeden einzelnen Gegenstand, den ich auf eine Hütten-Tour mitnehme. Grundsätzlich bleibt diese Packliste immer gleich, egal ob die Tour eine Woche, drei Wochen oder nur drei Tage lang dauert. Mein Rucksack ist der Grammless Pack von Lightway und zwar in der X-Pack-Version. X-Pack ist der Name des Materials, es ist nicht ganz so leicht wie DCF, dafür aber deutlich günstiger. Er wiegt 420 Gramm, kostet 200 Euro und hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern. Es würden mir auch 30 Liter reichen, aber ich habe mich für diesen Rucksack entschieden, weil er zusätzliche Schultertaschen hat und die einfach extrem praktisch sind. Als Regenschutz verwende ich keine Regenhülle, sondern einen sogenannten Liner. Der kommt ins Innere des Rucksacks und hält das gesamte Material trocken. Ich verwende dafür den 35 Liter Packsack von Sea to Summit. Als Alternative kannst du auch einen etwas dickeren Müllsack verwenden. Das funktioniert genauso gut und ist deutlich günstiger und sogar noch etwas leichter. Auch eine klassische Regenhülle wird oft verwendet, sie hat aber zwei Nachteile. Erstens, sie ist etwas schwerer und zweitens wird die Rückseite des Rucksacks nicht abgedichtet. Bei langanhaltendem Regen kann so das Wasser ins Innere durchsickern. Bei einem Liner hast du das Problem nicht, er schützt deinen gesamten Inhalt von allen Seiten. Außerdem verwende ich noch einen zusätzlichen wasserdichten Packsack. Das hier ist der Pack-Pod von Six Moon Designs. Die Aufgabe dieses Packsacks, er sorgt für mehr Ordnung in meinem Rucksack. Er fasst 7 Liter, wiegt nur 28 Gramm und dank seiner Form und des Reißverschlusses ist er wesentlich übersichtlicher und praktischer als ein gewöhnlicher Packsack. Was genau ich in diesem Packsack verstaue, dazu kommen wir gleich noch. Je nach Art der Tour bin ich hauptsächlich mit Trailrunning-Schuhen, Barfußschuhen oder sehr leichten Wanderschuhen unterwegs. Da ich sehr empfindliche Füße habe, bin ich, was die Schuhe betrifft, extrem heikel und deshalb ständig am Ausprobieren. Grundsätzlich ist es so, je schwieriger und steiler das Gelände, desto eher greife ich aktuell zum Scarpa Rebell Run. Der eignet sich auch für Felskontakt und schroffes Gelände. Für lange Märsche in moderatem Gelände nehme ich den Altra Lone Peak 6. Im letzten Jahr bin ich auch sehr viel mit Barfußschuhen gegangen. Ob so ein Schuh auch für anspruchsvolle Meertagestouren in den Bergen für mich in Frage kommt, ich weiß es noch nicht. Das wird sich erst zeigen. Aktuell teste ich aber ein paar Modelle und ich habe das Gefühl, dass ich in Zukunft noch mehr in solchen Schuhen wandern werde. Mein Wanderschuh für schroffes Gelände und viel Schneekontakt ist aktuell immer noch der Scarpa Mojito Hike. Meine Socken sind die Injinji Trail. Der große Vorteil, mit diesen Zehensocken bekomme ich auch zwischen den Zehen keine Blasen mehr. Meine Unterhose ist eine leichte und gewöhnliche Unterhose aus Kunstfaser. Du kannst natürlich auch Unterhosen aus Merino Wolle verwenden. Ich persönlich bevorzuge aber diese hier, weil sie noch schneller trocknen, was wichtig ist, weil ich meine Unterwäsche zwischendurch auch mal wasche. Außerdem sind Kunstfaserunterhosen günstiger und halten länger. Im Sommer bin ich fast immer in kurzer Hose unterwegs. Das ist die Patagonia Altiva Trail Shorts. Die ist leicht atmungsaktiv, hat ein paar praktische Taschen. Das Material ist dehnbar und schnell trocknend. Optional könnte man ein paar leichte Beinlinge mitnehmen. Die wiegen nur 87 Gramm und sind schnell und flexibel einsetzbar. Sie sind vor allem in den frühen Morgenstunden oder während längerer Pausen sehr praktisch. Mein Base Layer besteht aus einem T-Shirt. Für Hüttentouren verwende ich lieber Merino, weil die Wolle den Geruch nicht so schnell aufnimmt. Kunstfaser geht aber genauso. Darf dann halt öfter gewaschen werden, was auch kein Problem ist, weil die Kunstfaser wieder sehr schnell trocken ist. Als Zusatzschicht oder als Sonnenschutz im Hochsommer trage ich einen leichten Sunhoodie oder ein leichtes Longsleeve. Sie bestehen aus Kunstfaser, sind schnell trocknend, sehr dünn, sehr leicht und atmungsaktiv. Mein aktueller Favorit ist das Laufshirt von Raab. Es wiegt nur 116 Gramm. Als Alternative zu dem Longsleeve verwende ich Ärmlinge. Sie können schnell und flexibel eingesetzt werden und sowohl als Wärme als auch als Sonnenschutz verwendet werden. Als Midlayer verwende ich immer ein leichtes und atmungsaktives Vlies und zwar in der Sip-Variante. Ich verwende das R1 Air Sip von Patagonia und habe damit mein altes Vlies von Decathlon ersetzt. Die aufgeraute Oberfläche isoliert besser und ist gleichzeitig noch atmungsaktiver. Als Isolationsjacke verwende ich eine leichte Daunenjacke. Das ist die Approach von Black Diamond. Sie lässt sich klein verpacken, ist super warm und ich bin damit sehr zufrieden. Meine Kunstfaser-Alternative ist die Superstrand von Outdoor Research. Sie ist aktuell die leichteste Kunstfaserjacke, die ich kenne. Kunstfaser hat für mich in diesem Fall den großen Vorteil, dass ich sie auch ganz einfach und ohne großen Aufwand in der Waschmaschine waschen kann. Bei Daunenjacken ist das ja leider immer etwas umständlicher, vor allem was das Trocknen betrifft. Mein Multifunktionstuch ist von Buff. Ich verwende es meistens als Mütze oder als Halstuch. Vor allem das Halstuch ist sehr praktisch und kann in Gipfelnähe und bei windigen Abschnitten sehr hilfreich sein. Ich wandere nie ohne Kopfbedeckung. Das ist entweder ein leichter Hut, das ist der von Alpin Loacker, oder eine ultraleichte und schnell trocknende Basecap wie diese hier von Outdoor Research. Meine Sonnenbrille ist immer noch die Alpina Cosmic. Sie sitzt gut, schützt gut und ist vergleichsweise günstig, was bei mir sehr wichtig ist, weil ich meine Sonnenbrillen regelmäßig zerstöre oder verliere. Optional können ein paar dünne Handschuhe wie diese hier von Odlo oder eine leichte Fleece-Mütze mit ins Gepäck. Das ist die Real Stuff von Chick Jack Wolfskin. Wenn du aber wie ich bereits ein Buff mit dabei hast, ist eine Mütze eventuell gar nicht notwendig. Meine Regenbekleidung besteht aus einem Regenrock, einem Regenschirm und einer Regenjacke. Mein Regenrock ist von Lixada. Mein Schirm ist der Ultralight von Montbell. Mittlerweile habe ich auch eine gleichwertige Alternative gefunden und zwar ist das der Schirm von Snowpeak. Beide sind in etwa gleichgut und windresistent. Meine Regenjacke ist die superleichte von Berghaus und zwar die Hyper 100. Sie wiegt nur 100 Gramm. Als robuste Alternative habe ich die Helium von Outdoor Research. Auch sie wiegt nur 179 Gramm. Mehr Infos zu den Themen für Regenschutz verlinke ich hier oben. Meine Ersatzkleidung ist jeweils eine Unterhose, ein Paar Socken und ein T-Shirt. Zwischendurch wird immer mal gewaschen und dann reicht mir das vollkommen aus. Schnell trocknende Kleidung ist deshalb immer ein großer Vorteil. Als Schlafbekleidung verwende ich eine lange Merino-Unterhose von Odlo und mein sauberes Wechselshirt. Falls es zu kalt werden sollte, ziehe ich zusätzlich eines meiner beiden Longsleeves an. Ich hatte früher einen zusätzlichen Merino-Baselayer von Supernatural dabei. Ich bin aber drauf gekommen, dass ich diese Schicht nicht unbedingt brauche. Ich nehme keine extra Hüttenhose mit und verwende dafür einfach meine Wanderhose. Falls mir abends oder auch frühmorgens zu kalt sein sollte, dann ziehe ich einfach zusätzlich meine lange Unterhose darunter an. Mein Hüttenschlafsack ist der Travel Liner von Sea to Summit. Er besteht aus einer Mischung von Baumwolle und Seide und ist daher etwas gemütlicher als reine Seidenschlafsäcke und gleichzeitig leichter als reine Baumwollschlafsäcke. Außerdem ist er rechteckig und insgesamt etwas größer und komfortabler geschnitten als die mumienförmigen Schlafsäcke. Das Besondere bei diesem Modell, er hat ein integriertes Einschubfach für das Kissen, was sehr praktisch ist. Hüttenschuhe nehme ich keine mehr mit, da auf fast jeder Hütte genügend Schuhe vorhanden sind. Für alle, die auf eigene Hüttenschuhe nicht verzichten möchten, kann ich diese ultraleichten Strandschuhe empfehlen. Die lassen sich sehr klein verpacken und wiegen nur 65 Gramm. Je nach Tour reichen für mich 1,5 Liter Wasser aus. Dazu habe ich zwei handelsübliche Wasserflaschen. Einmal einen Liter. Diese Flasche kommt in die Seitentasche des Rucksacks und einmal einen halben Liter. Diese Flasche kommt griffbereit in die Schultertasche. Als kurzer Gewichtsvergleich. Eine 1 Liter Nalgene Flasche wiegt ca. 180 Gramm. Eine gewöhnliche 1 Liter Wasserflasche wiegt ca. 30 Gramm. Wenn du eine leichtere Flasche verwendest, kannst du ganz einfach mal 150 Gramm an Gewicht sparen. Mein Wasserfilter ist der Katadyn B3, der im Zweifelsfall auch nochmal mit einem Liter Wasser befüllt werden könnte. Meine maximale Kapazität wären also 2,5 Liter. Wie gesagt, meistens habe ich persönlich aber nur 1,5 Liter dabei und das reicht mir bis zur nächsten Hütte vollkommen aus. Das ist alles, was ich an Elektronik mit dabei habe. Meine Stirnlampe ist die Nightcore NU25 ultraleicht. Mein Handy inklusive Ladekabel und meine Kopfhörer. Die kabelgebundenen Kopfhörer sind nicht nur leichter wie die Earpods. Sie müssen außerdem nicht extra geladen werden. Mit Hilfe dieses Schnellladegeräts von Anker wird mein Handy dreimal schneller geladen als mit normalen Adaptern, was auf der Hütte oft ein Vorteil ist. Falls du mehr Elektronik mit dabei hast, es gibt dieses Schnellladegerät auch mit zwei USB-C Anschlüssen. Nicht auf jeder Hüttentour ist eine Powerbank unbedingt notwendig, vor allem wenn du nur dein Handy laden musst. Ich nehme meine Powerbank immer mit. Das ist die Nightcore NB10.000. Sie gehört zu den leichtesten Powerbanks überhaupt. Das ist mein Hygieneset. Auch hier gilt, nimm nicht mehr mit, als du tatsächlich brauchst. Von solchen überdimensionierten und schweren Taschen würde ich abraten. In der Tasche befindet sich meine Zahnbürste, Zahnpastatabletten und Zahnseide-Sticks. Dann meine vollständig biologisch abbaubare Naturseife von Dr. Bronner und zwar in fester Form. Dieses Stück hier ist weit mehr als notwendig und reicht für mehrere Wochen. Die gleiche Seife würde es auch als Flüssigseife geben. Dann am besten die Seife in eine kleine Plastikflasche abfüllen. Dann noch mein Desinfektionsspray, der gleichzeitig als Deo verwendet wird, um Gewicht zu sparen. Wird auch das in eine kleine Sprühflasche abgefüllt. Europax, etwas Hirsch-Talckcreme, ein paar Elektrolyt-Tabletten inklusive Magnesium und Calcium und ein Mikrofaser-Handtuch. Das ist das C2 Summit Air Light Towel in der Größe L. Es ist relativ groß, wiegt aber trotzdem nur 67 Gramm. Das ist mein erster Hilfeset und mein Reparatur-Kit. Darin befinden sich Pflaster, sterile Tücher, Blasenpflaster und eine Tick-Karte zur Zeckenentfernung. Hier haben wir Leukotape Classic und etwas Panzertape, beides aufgewickelt auf dem Rest der abgeschnittenen Zahnbürste. Eine Mini-Pepanthen-Salbe zur Wunddesinfektion. Hier drin befinden sich Ibuprofen-Tabletten als Schmerzmittel und Entzündungshemmer, Imodium akut gegen Durchfall, Mikropur-Pforte zur Wasserentkeimung und ein paar Sicherheitsnadeln. Ein Ersatz-Schnürsenkel und mein kleines Victorinox-Taschenmesser inklusive Schere und Pinzette. Das ist meine Allround-ISO-Matte, die ich entweder als Sitzkissen verwende oder sogar als Liegematte für ein kleines Nickerchen. Das ist die Double Matte Evazote von X-Paid, die ich mir zugeschnitten habe. Karten und Bargeld kommen in einen stabilen und wasserdichten Ziploc-Bag von Noax Bags. Dann noch etwas Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Etwas Toilettenpapier und eine kleine Schaufel zum Verbuddeln meiner Hinterlassenschaften, falls das mal notwendig sein sollte. Dann noch einen kleinen Plastikbeutel für den Müll. Und die Standard-Notfallausrüstung, ein kleiner und leichter Biwaksack von Bivi Light. Optional kann es je nach Tour sinnvoll sein, einen zusätzlichen kleinen Rucksack einzupacken. Das ist dann hilfreich, wenn du zum Beispiel frühzeitig an der Hütte angekommen bist und von dort aus nochmal einen Gipfel oder eine kleine Wanderung machen möchtest. Für diesen Fall habe ich einen ultraleichten und günstigen 10 Liter Rucksack mit dabei. Das ist die gesamte Ausrüstung nochmal verpackt in meinen Rucksack. Das Basisgewicht liegt unter 3 Kilo, was ein sehr angenehmes und entspanntes Wandern ermöglicht. Meine gesamte Ausrüstung für eine Übernachtung im Zelt findest du in diesem Video. Alles Gute und bis bald!